Mögliche Sichtweisen legasthener Menschen Um jedermann bildlich zu machen, wie ein legasthener Mensch zeitweise geschriebenes optisch wahrnimmt, haben amerikanische Wissenschaftler versucht, dies darzustellen. Hätten wir solche Beispiele nicht, wäre es für einen nicht-legasthenen Menschen sehr schwer, sich diese Sichtweisen vorzustellen. Nachdem man sich mit diesen Bildern auseinandergesetzt und erkannt hat, dass es sich hier nicht um schlechte Kopien handelt, kann man sich vielleicht eine bessere Vorstellung davon machen, wie legastheniker zeitweise wahrnehmen.